Musik Hallo Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, liebe Freunde, und jetzt seht ihr das erste Mal, was EPW, unser E-Sports-Projekt, für Ausmaße annehmen wird. Das Herzstück dieses Raumes ist endlich da. Unser Caster-Desk. Ich habe einen Nick direkt neben mir sitzen. Mein Bruder, mit dem arbeite ich ja bei EPW zusammen. Er macht viel hinter den Kulissen. Wir haben ein großes Team mittlerweile, was quasi täglich am Release arbeitet. Wir sind Monate schon dran und es rückt immer näher. Anfang Oktober wird es endlich soweit sein mit einer großen Release-Party. Komm mal rein, du bist der Erbauer des Tisches. Da muss man auch die Stabilisatoren einbauen. Ja, die kommen erst Dienstag. Komm mal her. Das ist der Mann, hat übrigens, wer ihn noch nicht kennt, das ganze Ding gebaut, weil es hätte mindestens im vierstelligen Bereich irgendwas gekostet. Richtig. Dankeschön, dass du das Geld spaltest. Dankeschön. Dann kommst du Weihnachten trotzdem. Richtig, wie immer. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Besucht auf jeden Fall mal den EPW-Kanal. Der ist nämlich schon auf YouTube gestartet. Da gibt es ein, zwei Testvideos. Und auch ab heute, 16 Uhr, die ersten Vorstellungsrunden aller Leute, die bei EPW mitarbeiten. Genau. Das heißt nicht nur ich, sondern auch fünf andere Leute. Das kommt dann heute bis Samstag komplett alle durch. Und für Sonntag haben wir noch etwas ganz Besonderes für euch geplant. Es würde uns freuen, wenn ihr uns da von Anfang an mit begleitet. Denn das Ding ist im Endeffekt nicht nur ein Hobbyprojekt, sondern hoffentlich zukünftig auch so ein bisschen Existenzgrundlage. Wir freuen uns mega darauf, hoffen, dass ihr euch genauso darauf freut. Und diese Kulisse hier in noch professionellerer und finaler Form werdet ihr dann ab Anfang Oktober auch des Öfteren auf Twitch und YouTube sehen. Nick, abschließende Worte. Liebe Freunde, ihr seid geil. Ich schicke den EPW-Kanal aus, lasst ein Abo schon mal vorher da, dann verpasst ihr nichts. Heute, 16 Uhr, geht es los mit dem guten Superbody-Vorstellung. Nichts mehr verpassen, reinschalten und Eistee. Warum gehst du denn jetzt einfach so? Ja, weil wir Stabilisatoren jetzt noch da reinmachen. Ja, wir müssen jetzt weiterarbeiten. Haut da rein, tschüss!